Und herzlich willkommen zu Schönblöd. Heute geht's um Knete, Paterkohle. Die deutsche Mark gehört zur Tradition in Deutschland, aber ich persönlich, jetzt ich bin 2005 geboren, hab damit natürlich nicht mehr so viel zu tun. Ja, klappt ja auch nur so semi, damit den Einkauf zu bezahlen. Kein Ding, trotzdem Happy Birthday. Die Mark ist 75 Jahre alt geworden und so knapp 12,5 Milliarden sind noch im Umlauf. Naja, was heißt im Umlauf? In die Matratze eingenäht vielleicht oder auch nicht eingenäht? Das glaube ich nicht, Tim. Doch, doch, ist alles wahr. Aber egal, wichtiger war diese Woche eh Lambert. Nein, nicht Christopher Lambert oder wie die Franzosen sagen, Lambert. Es kann nur einen geben. Nein, es gibt zwei. Das Unwetter nämlich, tief Lambert, zog über den Norden und am Kasseler Bahnhof Lemsöhe, saß plötzlich so aus, als hätte man den hier gut gebrauchen können. Mal gut, dass keiner sauer war, dass dadurch die Bahn unpünktlich kommt, weil, äh, kommt sie eh. Immerhin gab es schnell Züge zum Übernachten. Das hat allerdings genauso gut geklappt wie sonst auch bei der Bahn. Wir haben hier keinen Platz mehr bekommen im Zug. Also saßen Sie im Bahnhof? Ja, im Bahnhof auf den Stühlen. Die ganze Nacht? Ja, die ganze Nacht. Wow. Genau, wow. Die ganze Nacht im Bahnhof ist ein bisschen wie nach Tarifverhandlungen mit der Lokführergewerkschaft. Es waren einige Betrunkener auch da. Ja, äh, sag ich doch. Immerhin ist bei dem ganzen Wetterchaos niemand verletzt worden, ist trotzdem total blöd. Perfektes Wetter ja auch zum Radfahren. Die Fahrradmesser Eurobike fand statt und klarer Trend, E-Bikes sind im Aufwind. Ich kann hier 100 Kilo drauf tun, das heißt, ein Erwachsener und ein Kind, das heißt, ich kann Kollegen problemlos zum Bahnhof fahren. Ja, das liegt voll im Trend, den 100 Kilo Kollegen zum Bahnhof zu fahren, macht bestimmt sehr viel Spaß bei so etwa 38 Grad im Sommer. Das finden wir schön. Und Themen über Themen, endlich soll es schnelleres Internet für alle geben. In Wiesbaden fand der bahnbrechende Gigabit-Gipfel statt. Hier sehen wir die Experten der Landesregierung, die dieses neue, superschnelle Internet, von dem jetzt alle reden, zum ersten Mal ausprobieren. Insofern haben wir hier die digitale Infrastruktur, die für die Bereiche, die für mich ganz wesentlich sind, Gesundheit, Bildung, Wirtschaft, da sind wir als erstes deutlich vorangekommen. Und dann kommen die Bürgerinnen und Bürger in den Häusern. Genau. Wer mal eben irgendwas in Ultra-HD streamen will, der geht halt ins Krankenhaus oder zum örtlichen Automobilhersteller. Aber bleiben wir positiv, mittelalte Politiker debattieren darüber, wie man die Digitalisierung schnell und professionell im Land hinkriegt. Das ist von der Expertise her etwa so, als würde Rainer Kallmund ein Diätbuch schreiben. Blöd. Last but not least. Was mache ich, wenn ich mir kein richtiges Schloss leisten kann, um drin zu wohnen? Soll ja vorkommen. Klar, ich baue mir selbst eins. Hat der hier gemacht? Samt Talsperre im Garten. Da das Bauamt, na klar, nicht alles genehmigt, durfte ich zum Beispiel keine Zinnentechnik oben auf dem Dach machen. Och schade, man könnte sagen, das Bauamt war auf der Zinne. Also bedauerlich kein Wehrgang samt Katapult, stattdessen bloß ein anständiger Wassergraben und künftig vielleicht eine Kathedrale oder eine kleine Kaiserpfalz. Äh, nein. Trotzdem schön. Und das war's für heute gewesen. Und das war's für heute gewesen.